Liebe Freundinnen und Freunde der Weltbibelhilfe, ich bin Weltbibelhilfe-Referent Tobias Keil. Was mich außerordentlich beeindruckt, ist der enorme Zusammenhalt der Menschen in der Ukraine. Ein Beispiel für diese außerordentliche Solidarität ist die 18-jährige Studentin Bohuslava. Sie hat acht jüngere Geschwister und lebt nahe der belarussischen Grenze. Seit Beginn des Krieges fährt ihr Vater in die vom Krieg betroffenen Gebiete und verteilt Hilfsgüter und Bibeln an bedürftige Menschen. Oft begleitet Bohuslava ihn dabei. Als der Krieg ausbrach, verspürten sie und ihr Vater den Wunsch, sich für ihre Landsleute einzusetzen und das zu teilen, was sie haben. Sie gehen in eine Kirchengemeinde und der christliche Glaube muss sich auch in Taten ausdrücken, so ihre Überzeugung. Deshalb packten sie einen Transporter mit Lebensmitteln voll und verteilten diese an Menschen, die in den befreiten Gebieten nördlich von Kiew lebten. Insgesamt zehnmal waren sie dort. Alle in ihrer Familie treten kürzer, damit sie für andere ein Hoffnungszeichen setzen können. Seit Anfang Herbst fährt ihr Vater mit Hilfsgütern und Bibeln auch in den Osten und Süden der Ukraine. Hilfsgüter wie Lebensmittel, warme Decken, Winterkleidung erhalten sie inzwischen von ukrainischen Kirchengemeinden. Bibeln für Erwachsene und Kinder bekommen sie von der ukrainischen Bibelgesellschaft. Auch Bibeln sind wichtig, denn viele Menschen sind verzweifelt und öffnen ihre Herzen für Gottes Zuspruch. Sie schöpfen Trost, Kraft und Hoffnung. In der Bibel steht, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, aber eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Der Zusammenhalt ist so wichtig. Deshalb bitte ich Sie um eine Spende an die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft, damit wir Menschen wie Bochus Lava und ihrem Vater bei ihren Hilfseinsätzen unterstützen können. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.